Hallo Leute, ich bin Austin und ich bin ein 23-jähriger College-Student. Ich denke, meine Schulzeit verlief ziemlich problemlos, da ich immer meinen besten Freund Jake an meiner Seite hatte. Wenn wir nicht gerade feierten und Spaß hatten, arbeiteten er und ich in diesem örtlichen Restaurant. Die Bezahlung war ziemlich mies, aber es finanzierte zumindest ein paar lustige Abende. Meine Geschichte beginnt wie viele andere auch, mit einem hübschen Mädchen. Ich rede von der hübschen Ariana Grande. Jake und ich sahen sie eines Tages in dem Café, bei dem wir auf dem Weg zur Arbeit immer vorbeikommen. Keiner von uns konnte aufhören, sie anzustarren. Sie musste uns ebenfalls bemerkt haben, denn anstatt zu gehen, drehte sie sich um, lächelte in unsere Richtung, ging dann zum Tresen und bestellte ein weiteres Getränk zum Mitnehmen. Sie tat das offensichtlich, weil sie mit mir reden wollte, also eilte ich hinüber, um ein Gespräch zu beginnen. Das Problem war, dass Jake auch mitkam und anbot, für ihr Getränk zu bezahlen. Mist. Sie schien geschmeichelt, lächelte und bedankte sich bei uns beiden. Dann war ich im Begriff, sie nach ihrer Nummer zu fragen, aber sie eilte davon und sagte, ich muss los, mein Uber ist da. So ein Mist. Alles, was ich über sie wusste, war, dass sie das heißeste Mädchen überhaupt war und ihr Name Darcy war. Nun, das war der Name, der auf ihrem Imbissbecher stand. Enttäuscht gingen Jake und ich zurück zu unserem Tisch, aber als wir an dem Tisch vorbeikamen, an dem sie gesessen hatte, sahen wir ein Handy. Ich nahm an, dass es ihres war und dass sie es dort liegen gelassen hatte, also stürzte ich mich darauf, bevor Jake es tun konnte. Er sah wirklich verärgert aus. Ha, jetzt hatte ich die Chance, sie wiederzusehen. Das Handy war nicht entsperrt, aber ich war sicher, dass sie jeden Moment anrufen würde. Ich wollte warten, bis sie zurückkam und es suchte, aber ich musste zur Arbeit. Ich behielt das Handy während meiner Schicht in der Tasche meiner Schürze, nur für den Fall, dass sie anrief und auch, damit Jake es nicht in die Finger bekam und versuchte, mein Mädchen zu stehlen. In der Pause setzten Jake und ich uns zusammen und sahen uns das Handy ein wenig genauer an. Ja, ich weiß, es war gesperrt, also gab es nicht viel zu sehen. Aber auf dem Sperrbildschirm war das Bild eines brünetten Mädchens zu sehen. Warum sollte sie ein anderes Mädchen als Hintergrundbild haben? Könnte das ihre feste Freundin sein oder so? Nee, ich musste ernsthaft aufhören, so viel nachzudenken. Ich hatte gesehen, wie sie mich angelächelt hatte. Sie mochte mich total. Das war wahrscheinlich nur ein altes Bild von ihr, als sie noch braune Haare hatte. Schließlich, als ich meine Schicht beendete, klingelte das Handy. Ich räusperte mich. Dann nahm ich mit meiner sexy Stimme ab und sagte, hey, du. Nur zu meiner Überraschung fing sie an, mich anzuschreien und mich einen Dieb zu nennen. Ich versuchte ihr zu erklären, dass sie alles falsch verstanden hatte und ich sie im Café treffen würde, um die Sache zu klären. Sie klang wirklich wütend und überhaupt nicht wie das sanftmütige Mädchen von vorhin. Andererseits hätte ich mich auch verrückt benommen, wenn ich mein Handy verloren hätte. Nach der Schicht gingen Jake und ich zurück zum Café und als wir uns näherten, zog ich mein Handy heraus und rief die Nummer von vorhin an, um zu fragen, wo sie wartete, aber dann sah ich, wie stattdessen ein großer Typ an sein Handy ging. Ich war so erschrocken, dass ich Jake das Handy gab und ihm sagte, er solle es zurückgeben. Da er den Typen nicht gesehen hatte, griff er aufgeregt danach und lief hinüber. Dann wurde er von besagtem Typen vor dem Café aufgehalten. Dieser fragte, Bist du nicht derjenige, der mein Handy gestohlen hat? Jake war verwirrt und schaute mich hilfesuchend an und wir murmelten nur, dass wir dachten, dass es das Handy eines hübschen Mädchens sei und dass sie es vergessen habe und wir es ihr nur zurückgeben wollten. Und dann sagte der Mann, Nein, das ist nicht das Handy irgendeines hübschen Mädchens. Ihr seid ja ganz schön hinterhältig. Wir haben uns die Überwachungskameras angeschaut und gesehen, was ihr getan habt. Das war ja das reinste Chaos. Sollte das heißen, wir konnten unsere Traumfrau nicht wiedersehen, sondern wurden stattdessen in dieses Diebstahl-Chaos verwickelt? Das war echt nervig. Es wurde sogar noch schlimmer, als dieser große Kerl Jake in den Schwitzkasten nahm. Ist doch okay, Tim, wir können das ausdiskutieren. Naja, er hatte sowieso nicht Unrecht. Ich bin ein hübsches Mädchen und kümmere mich ab hier darum. Sie zwinkerte uns zu und sagte ihm noch, dass er ins Auto gehen und uns drei alleine lassen sollte. Sie erzählte uns, dass sie Chelsea heißt und dass der unheimlich aussehende Typ ihr jüngerer Bruder ist. Sie gab uns eine Chance zu erklären, was passiert war. Dann erzählte sie uns, was auf den Überwachungskameras zu sehen war. Am Ende wurde uns klar, was wirklich passiert war. Während wir mit Darcy an der Theke gesprochen hatten, müssen Chelsea und ihr Bruder hereingekommen sein und sich an den Tisch gesetzt haben, an dem Darcy gesessen hatte. Dann haben sie es sich schnell anders überlegt und den Tisch gewechselt, aber Chelsea hat ihr Handy versehentlich dort liegen lassen. Als dieses Mädchen namens Chelsea bemerkte, dass alles ein Missverständnis war, fing sie an, mit ihren Haaren zu spielen und ich war mir sicher, dass ich sah, wie sie mir zuzwinkerte. Flirtete sie etwa mit uns? Ich meine, sie war irgendwie süß, aber sie ist sicher älter als wir, so um die 30. Dann sagte sie, Also, wie wäre es, wenn wir mal zusammen abhängen? So wie ich das sehe, schuldet ihr mir zumindest einen Kaffee. War das jetzt ihr Ernst? Ich konnte nicht mit ihr ausgehen. Ich fühle mich nicht wohl mit jemandem, der so viel älter ist als ich. Und was war mit Darcy? Sie ist alles, was ich im Moment im Kopf hatte. Ich könnte natürlich auch jederzeit zu meinem Bruder gehen und ihm sagen, dass ihr Jungs wirklich mein Handy gestohlen habt, grinste sie. Machte sie einen Scherz oder war es ihr ernst? Ich wusste es nicht und ich wollte es nicht riskieren, also stotterte ich, Klar, ein Kaffee wäre gut. Wir tauschten Telefonnummern mit ihr aus. Später schickte sie uns eine Nachricht, um die Zeit und einen Ort für das Treffen zu vereinbaren. Aber ich wollte mich nicht mit ihr treffen, also rief ich am Tag der Verabredung Jake an, gab vor, krank zu sein und sagte ihm, dass er allein gehen müsse. Zu meiner Überraschung schien es ihm nichts auszumachen. Im Gegenteil, er klang begeistert darüber. Dann, nach dem Date, kam er direkt in mein Wohnheim und sagte, er wolle sehen, wie es mir geht, aber ich wusste, dass das nur eine Ausrede war. Alles, was er tat, war mit mir darüber zu reden, wie viel Spaß er mit Chelsea hatte und dass sie reich war und so. Es war kein einfaches Kaffee-Date gewesen, sondern sie nahm ihn in dieses schicke Restaurant mit. Ich hatte nicht erwartet, dass Jake so etwas gefallen würde, aber ich war froh, dass er es genossen hatte. Vor allem, da ich nicht auf ein Date mit ihr gemusst hatte. Das ging eine Weile so weiter und bald schien es immer ernster zwischen den beiden zu werden. Immer wenn Jake von ihr sprach, bekam er Glubschaugen. Mein Freund war also wirklich verliebt. Sie mochte ihn offensichtlich auch und sorgte sogar dafür, dass er nicht mehr im Restaurant arbeiten musste. Ich freute mich für Jake, das tat ich wirklich und ich war auch erleichtert, dass ich mich nicht mit Chelsea treffen musste. Aber ich war auch traurig wegen all dem. Er war verliebt, während meine Traumvau irgendwo da draußen war und ich nicht wusste, wie ich sie finden sollte. Aber genau dann änderte sich alles. Ich war bei der Arbeit und trug die Getränke zu einem Tisch hinüber, als ich zu meiner Überraschung sah, dass Darcy dort saß. Ich muss sie wohl angeglotzt haben, denn sie lachte und sagte, Hey, die Cola bekomme ich. Ich wurde rot, reichte ihr die Cola und sagte dann, Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben uns vor ein paar Wochen in dem Café um die Ecke kennengelernt. Natürlich erinnere ich mich, lächelte sie. Es ist schön, dich wiederzusehen, Caféjunge. Sie war so niedlich und süß, dass ich sie mir auf keinen Fall noch einmal durch die Lappen gehen lassen konnte, also vergewisserte ich mich, dass mein Chef mich nicht beobachtete und bat Darcy um ihre Nummer. Sie schrieb sie auf eine Serviette und reichte sie mir auf dem Weg nach draußen. Ich war so aufgeregt, dass ich mit der Faust in die Luft schlug. Durch unsere Nachrichten erfuhr ich, dass sie gerade ein Praktikum bei uns um die Ecke begonnen hatte und sie wollte sie unbedingt beeindrucken, damit sie ihr einen offiziellen Job anbieten würden. Ich war glücklich, denn das bedeutete, dass ich sie oft zu sehen bekommen würde. Jedes Mal, wenn sie ins Restaurant kam, versuchte ich sie anzusprechen, ohne dass mein Chef es bemerkte. Einmal gab ich ihr ein kostenloses Dessert und sagte dann Etwas Süßes für das süßeste Mädchen, das ich kenne. Es war kitschig, ich weiß, aber Mädchen lieben so etwas. Schon bald flogen die Funken und ich wusste, sie spürte es auch. Ich musste nur den Mut finden, sie um ein Date zu bitten. Dann, eines Tages, schrieb mir Chelsea plötzlich eine Nachricht und fragte, warum ich mich nie mit ihr getroffen hatte. Ich fand das seltsam, also antwortete ich, dass ich dachte, dass sie und Jake jetzt sozusagen offiziell zusammen seien. Zu meiner Überraschung antwortete sie, Komm schon, du hast dich immer noch nicht richtig mit mir versöhnt, nachdem du mein Handy gestohlen hast. Du weißt doch, dass die Bullen das auch nicht so gerne hören würden, oder? Ich könnte es natürlich auch einfach meinem Bruder erzählen. Ich wollte weder mit ihrem riesigen Bruder noch mit den Bullen Ärger bekommen, also stimmte ich zu, mit ihr auszugehen. Wir trafen uns in demselben Café, in dem dieses ganze Handytrama begonnen hatte, da sie sagte, es sei in der Nähe ihrer Arbeit. Dieses Mal stellte sie sich als Marketingmanagerin einer großen Firma vor. Wow, okay, das war wirklich beeindruckend für ihr Alter. Sie war also schön und erfolgreich. Vielleicht war ich wirklich ein bisschen unhöflich zu dieser Frau gewesen, also beschloss ich, mich zurückzulehnen und sie ausreden zu lassen. Aber in der nächsten Minute sagte sie, Ich habe mich auf den ersten Blick in dich verliebt, Austin. Sie ergriff meine Hand. Jake ist ein süßer Kerl, aber er ist nicht du. Was? Sie kannte mich doch gar nicht. Sie war verrückt. Und wie konnte sie Jake so etwas antun? Dann kam plötzlich eine Gruppe von Menschen in das Café. Sie sagte, es seien ihre Angestellten und winkte sie herüber. Dann sagte sie, Hey Leute, das ist mein fester Freund, Austin. Ich starrte sie an, aber ich hatte keine andere Wahl als unbeholfen, alle zu begrüßen, um es so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Aber dann sah ich ein bekanntes Gesicht in der Menge. Das konnte doch nicht wahr sein.